hallo hallo und willkommen bei einer neuen folge von schön dass ihr eingeschaltet habt ich bin xoxy ist xyrien ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher was hast du gegen mich ich hab gar nichts gegen dich so fies zu mir na ich bin nicht fies du hast immer eine ansage und ich muss halt auch irgendwas machen ja das stimmt ich fühle mich sonst so nutzlos ja okay wo wir sind wir sind auf eine map von goomba okay ich will dahinter es ist mein feuer alarm keine ahnung ich will die ente sehen das ist mein feuer alarm scheiß auf deinen feuer alarm da ist eine ente ja stimmt hat mich nicht letztens noch jemand gefragt ob ich enten mag wo ist dann ist eine ente das ist eine ente ich finde ein bisschen wie so eine wild gun oder so oder eine ente was hast du gemacht feuer alarm oder was ich hab glaub den feuer alarm angemacht komisch das ist ja lustiger hat mir feuer alarm hier hingestellt was ist das hier was macht das ich weiß nicht auf jeden fall hängen da pflanzen an der wand ok sie ist auch ein knopf und da ist noch ein knopf da ist ein bett wo sitzt das ok damit kann man nichts machen auf welchem saß ich jetzt keine ahnung schon mal ein verbindungstool um mal zu gucken wo was da passiert ach so die knöpfe gehen ja wo ganz anders dahin echt ja 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 die gehen zum feuer alarm aha schnell wieder ausmachen und und was ist das mit der ente ich weiß nicht die ente hat auch ganz viele verbindungen da ist ein knopf oh ist jetzt in der ente sie hupt sie hupt und sie kann glaube ich fliegen haben ja ente kann fliegen oh sie flattert sogar süß aha oh oh ohje 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 oje achten hoch aus oh süß sie flattert um den baum hihihi willst du auch mal flattern ich will auch mal flattern sie ist ja süß ach Gottchen ein bisschen schwer zu steuern aber oh süß wie eine ente quietsch naaa sie quietschen wie eine ente Enten quietschen nicht Enten machen wak ja aber du quietsch aber nicht wie eine ente ne das ist nicht zum glück ich quietsche wie ein einkorn ich hole mich mal da raus ja hole mich mal raus hallo ich bin auf dem arsch gelandet ja wie praktisch das ist ja cool oh sehr gut schöne aussicht juhu quack quack sie ist ja süß fliegt doch gut dass es aussieht wie eine ente ja ja hier oben fliegt sie gut da hast du recht wenn sie nicht schon schief geworden ist oh ist ja süß flatter flatter quack fliegen wir in den süden quack ach so das ist ja cool ich bin sie quack süß so oh dieser baum gelandet oh die ist ja knuffig die ist ich knuffig ja die hat was aber ich packe die mal weg ja ja pack sie mal weg ok ich packe sie weg ok wo sind wir jetzt eigentlich hier jetzt wo ich den ersten Enten schock ja ich weiß auch nicht wir sind hier auf einer map vom Goomba ok eine map von Goomba ja aber ich bin mir irgendwie nicht so was steht auf dem Schild ich bin mir irgendwie nicht so sicher was das hier alles ist hier steht Zub was Zub 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 ähm hier ist ein Pfeil Zub hier kann man sich hin hier ist eine Haltestelle vielleicht hält hier die Ente eigentlich Zub 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 ich warte mal auf den Bus Zub 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 sehr verrückt auf jeden Fall gut gesichert hier ja Zaun außenrum was ist das denn Zoo was ist das hier für ein Auto für ein Pferd ich weiß nicht das ist auf jeden Fall eingestankt ja gell ich fahre gar nicht weg damit ich mach mal die Stange weg dann kannst du weg sehr gut so yay ich fahre ich fahre hallo wenn es nicht lecken würde das ist ja alles verrückt hier hm damit könnten wir jetzt wahrscheinlich den Berg hochfahren wenn man es könnte wenn man es könnte aber du kannst es nicht ok also hier unten wenn wir nicht irgendwas übersehen haben gibt es jetzt nichts tolles außer die Ente naja dahinten ist ein Haus ein Haus ja ja achso ach stimmt oh da gehen wir jetzt mal rein ok dann gehen wir da rein hin und rein ins Haus Feueralarm süßes oder saures süßes oder saures das heißt süßes sonst gibt's saures bei mir heißt es süßes oder saures oh nicht schon wieder Feueralarm süßes oder saures wie kommt man da rein ich weiß es noch nicht da steht da steht do not enter ok dann kommt man nicht rein wahrscheinlich süßes oder saures ich glaube man kommt wirklich nicht rein was ist wenn wir uns reinbuddeln hier ist ne Tür ich mach jetzt die Tür weg ja mach mal die Tür weg ah die hat geklemmt ne verklemmte Tür ne verklemmte Tür süßes oder saures keinen roten Knopf drücken die gehen alle zum Feueralarm ok hier kann man sich hinsetzen und Quietscheenten beobachten hier brennt was ok hier ist ein Bett mit Quietscheente was ist das hier was ist das hier ich mach jetzt ne Tür guck mal denn hier hin was ist das hier danger ich glaube hier war mal ein Aufzug aber der Aufzug ist kaputt da geht es da nach oben ich mach heute den Aufzug wenn du den Aufzug fahren willst sagst Bescheid ja oh ich glaube es gibt keine Treppen hier stehen Kisten hier stehen noch mehr Kisten oh Lotta Quietscheenten und viel Feueralarm überall Feueralarmknopf ah scheiße jetzt hab ich ihn gedrückt ah ne das warst du ja aber der ist eigentlich an ja manche sind an manche sind aus das ist ganz verrückt alles verrückt wo geht es hier hin obervolles Labyrinth und hier stehen sehr große Stapel Klopapier hier kann man auch den Feueralarm drücken überall Feueralarm oh hier ist ein Klo auch ein Feueralarm ich find das grad voll verwirrend das ist wie so ein Traum den man nicht versteht oder so wo man sich denkt was zur Hölle war das stimmt oh da geht es ja noch weiter hoch was sind wir denn hier Wohnzimmer ich brauch den Lift ach ja jetzt plötzlich ja 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 du hast den Rest nicht erkundet doch ich hab alles gesehen unten auch die Klopapierrollen auch die Klopapierrollen wie viele Reihen waren es keine Ahnung zu viele zu viele zu viele für mein Gehirn zwei Stück du warst da hinten überhaupt nicht doch da war so ein kleines Lager doch aber du warst da nicht hinten drin du hast das Klopapier gar nicht gesehen du kannst es dir in meiner Folge anschauen ich war drin gewesen hier sind Fernseher ja und viele Sitze viele Sitze hier kann man sich gegenüber sitzen komm mal her wir diskutieren das jetzt aus okay so diskutieren du warst nicht da hinten drin ich kann dich nicht sehen okay also wo geht es noch weiter ein Stück weg weiter runter hä da unten geht es dann weiter hoch was ja steige ein kannst du einsteigen achso oh ich hänge immer ich hasse diese Ego Perspektive da sieht man nie wo man hinläft Minion so ich hab's geschafft Mist hier ist ein Klo sehr schön offen an die Wand geschraubtes Klopapier sehr gut wo hänge ich denn jetzt ja hier ist eine Lampe hier ist eine Küche schick wie soll ich sagen ein Bett und da hinten ist noch ein Bett ja viele Betten okay das ist mal eine Klingel mit Starkstrom Kasten hier da ist so eine Sicherung drin die keine Ahnung 20.000 Amp aushält aber ich weiß immer noch nicht was hier los ist ich versteh's nicht so oh ich bin draußen halleluja okay so komm mal mit do not enter wie komm mal mit ich weiß es auch nicht achso ich dachte du weißt mehr als ich nö aber da ist hier so ein Weg den gehen wir jetzt mal lang stimmt da sind ganz viele Stangen oh Gott ich werde da runterfallen das kann sein da hinten steht ein Auto kannst du aus dem Auto fahren sehr viereckiges hier hoch nee der rote Pfalzack links oh glaub ich nee doch nicht oder oh da sind Brücken und so oh da ist ja ganz viel echt das ist ja eine riesen Map was hat er denn hier alles so gemacht das ist eigentlich auch nicht schlecht zwar alles so ein bisschen ohne Sinn und Verstand glaube ich aber die Map hier ein bisschen ausnutzen man nutzt immer das ganze Areal was man zur Verfügung hat gar nicht aus das stimmt aber es laggt ich werde runterfallen ich habe nur 11 FPS wir waren zu gucken mal hier warte doch mal auf mich und denn hier ist es bunt soll ich warten wenn ich drüben bin das ist putzig ja ich habe mich runtergefallen oh kannst du ja wieder draufhüpfen äh ich komme hier nicht drauf komm ich jetzt drauf ja wegen dir hetzig und fall runter du musst nicht hetzen doch weil du nicht wartest ich warte doch ja jetzt ich habe auch vorhin schon gewartet oh hier ist Zaun danke Gumba oh Totenkopf ich traue mich da gar nicht hin und da ist ein Sensor ja oh oh jetzt wird was ausgelöst und wir sterben jetzt gleich oh die Brücke ist ja ein bisschen kaputt oh oh mein Gott hey das ist ein Spiel wenn du nicht schnell genug bist aber süße Idee ja cool Idee definitiv wo kommen wir jetzt hier hin in den Tod hier ist ein neues Häuschen aber was ist und was ist mit dem Häuschen kann man rauchen ja toll ich muss noch mal kurz hoch hier ist Beton am Boden ja was hat das aber alles hier zu bedeuten ich weiß es nicht hast du den selben Traum wie ich ja ich glaube auch wir könnten nochmal zurückgehen und da den Berg hochlaufen ja finde ich gut ne man kann ja man muss ja nicht hier oben du kannst ja auch unten da ist zum Beispiel da hinten eine Treppe ne ah tatsächlich ja eine Treppe dem Berg hinauf so mal gucken was passiert wenn man hier das voneinander trennt ne juhu Treppe juhu Treppe juhu Treppe juhu Treppe juhu Treppe hey du schummelst ja oh die tut sich aber schon yeah du bist ja gemein so wäre es schnell genug gewesen hättest mich runterschmeißen können also die Straße da hinten führt ins nichts aber sinnlos gemein bist du nicht nein oh sinnlos ne ich bin nur sinnvoll gemein die Brücke ist definitiv eingestürzt wir haben alles versucht ne wir haben alles versucht um die Treppe zu retten ja äh die Brücke unbedingt auf jeden Fall aber es hat nichts geholfen einfach nichts geholfen die Schranke ist offen gruselig ist ja wie ein Horrorstück die habe ich aufgemacht unglaublich oder guck mal da vorne lauf ich hallo Xarok so es geht den Berg hinauf was werden wir finden wahrscheinlich gar nichts wahrscheinlich nichts außer nichts der Aufstieg ist lang und beschwerlich was tust du da ja siehst du das nicht ich schau mich um achso da ging es wieder runter oder so da gibt es bestimmt nichts da oben kannst du mir irgendwie nicht vorstellen doch Zäune na dann ist da ja vielleicht was was steht da da steht Camping ach Camping hä wo ist da steht nein doch das ist ein A ja aber wo ist das P von Camping da steht Camming hat er halt vergessen so dann gehen wir jetzt hier weiter oder was ist das denn hier ein Klo ein Schleuderklo das ist ein Campingglatz sieht man doch oh juhu wo ich da jetzt auf den Berg hochkommen damit hey hast du mich wieder runter geholt nee also doch oh es hat sich verhakt glaube ich oh scheiße da müssen wir doch laufen oh ich hab gespült sehr gut lalala du bist vorbildlich immer schön spülen warum laufen wir eigentlich warum fahren wir nicht ich weiß es nicht ich würde runterfallen wenn ich fahre ja das stimmt da liegt ein rosa Auto nee es ist ein rosa Traktor von mir also es war mal blau was ist hier ich hab einen verrückten Traum ja ist der jetzt absichtlich da platziert oder hat er den Auslösin da hinten runterfallen lassen ist er da runtergefallen ich sehe mein Karussell nee mein Breakdancer echt ja da unten lauf nicht zu schnell sonst fällst du runter das ist der alte Breakdancer verdammt man kommt noch hoch gottseidank hier muss ich ja hochziehen aber hier oben ist nix hier ist ein schöner Platz aber da geht es noch weiter hoch schau ja da was ist aber das ist echt ein schöner Platz hier schön zum bauen das ist eine coole Map ja mehr sind nicht so zugemüllt aber die Ente war doch toll ich sehe was ich sehe was echt ein Baum ich sehe nix doch nicht ich dachte was ist das hier für eine Mulde oh würde da Wasser fließen nee das wäre so geil lecker ich glaube ich weiß nicht hier gibt es nix mehr oder nee sollen wir mal zu deinem Breakdancer gehen hm könnten wir machen ja wie geht es da ja noch irgendwo weiter nur für Leucht wo war man denn da kannst du aufs Klo gehen na muss ich nicht ja ich verangst aber so was ist eigentlich das hier ein Stein ist das hab ich so noch nie gesehen ja ich weiß jeder Stein sieht halt nur mal anders da aus ne wie sehen Steine denn aus die in Scrapler kennen die anders schau die sind hier runter ach so es gibt halt auch eckige Steine sind wir richtig ja okay mein Orientierungssinn hat ein Vermögen kostet naja das kann hä die Fläche hier ist aber auch cool ach ne das ist Getreide von uns zu fern und sah das so nicht gewachsen aus da dachte ich so oh cool so ne gerade Flugzeuglandeplatz machen so was haben wir hier oh mein Schleuderklo ja ich glaube ich weiß auch schon wo er das Klo oben her hat ja aber das hier funktioniert ein bisschen anders da so das ist natürlich ein guter Aussichtspunkt äh mir wird schlecht und siehst du irgendwas nein auf die Fliesen das tut doch weh was will er uns mit dieser Map sagen ich weiß es nicht aber ich denke mal vor allem diese Brücken und so das war sehr schwer ja ich meine bauen wir so ne Brücke das ist voll ätzend ja bestimmt hm also die Ente haben mir sehr gut gefallen finde ich voll süß die Ente war Highlight das ist ja ein süßer Grashügel hm ich wollte gerade sagen das ist ein geiler Hügel aber sonst gibt es hier glaube ich nichts ne ne so dann wir müssen es vielleicht in die andere Richtung oder nochmal irgendwo ganz am Ende der Map wahrscheinlich hofft er dass wir sonst wo hinfahren ja er hat auch nicht viel dazu gesagt er lacht sich wahrscheinlich tot dann wie wir hier rumlaufen und philosophieren was er damit bezweckt haben könnte ja und er denkt sich haha ich wollte sie einfach nur ärgern guck mal wir balancieren jetzt hier ja machst du gut ja versuch doch auch mal mal gucken wie weit du kommst mit meinen Lecks nicht weit probier's halt mal ich komme bis vorne an die Spitze du hast die Ehre mich runter zu schubsen wenn du es schaffst wenn ich es schaffst wie lange die ich dafür brauch nein ich gebe mir halt Mühe bei meiner Aufgabe die du mir gestellt hast ja da schaue ich dir sogar daneben ja finde ich nicht gut fassbar fassbar ja ja schöne Map Gumba auf jeden Fall also sie war ein bisschen wie so ein schlechter Traum also jetzt nicht ich will jetzt nicht deine Map irgendwie surreal ja surreal das hat was faszinierendes wo man so ein bisschen wie Kunst wo man echt überlegt hä was will er uns damit sagen vor allem würde mich interessieren liegt der Traktor da mit Absicht vor allem in pink oder hast du ihn einfach nur pink angemalt weil du pink so gerne magst weil ich hatte ihn einfach verloren und er hat ihn da verloren genau ja weiß jetzt gar nicht wo der ist und sagt sich so gesaugst du mal den aber hier sind auch noch guck mal hier liegen überall Fahrzeuge rum ich röm die jetzt mal weg probier sie doch aus ja wie soll ich das hier ausprobieren sie nach so einer Seilbahn aus ich weiß nicht vielleicht wollte er da irgendwie wo was hinbauen was haben wir hier oh da ist ja ein Flugzeug schau mal ja habe ich gesehen da wollte ich gerade hingehen jetzt habe ich es gespeichert so geschafft umgekippt guck mal hier oh es haut ab wie alles bei dir aber seitlich was seitwärts achso es ist umgefahren ja ich habe es umgeschmissen und dann ist es abgehauen oh mein armes Kind das Auto ist dein Kind nee du ein Flugzeug okay aber es kann nix achso ja es hat keine Thruster oder so tatsächlich ja es kann nichts es ist einfach nur Deko ja das kann natürlich sein dann sollen wir mal noch in die Richtung hier hinter so ein bisschen fahren ich weiß nicht also du müsstest wenn dann fahren aber warte ich mache das Flugzeug fliegbar aha so und dann fliegen wir mit dem Flugzeug oder was ich weiß nicht wenn es überhaupt fliegt ich glaube es wird so nicht fliegen du hast gesagt du machst es fliegbar ja so ein bisschen zumindest flieglich ich mache es friedlich zum fliegen friedlich hast du überhaupt nen Motor so braucht es ja nicht alles einsteigen wo soll ich denn da einsteigen ich weiß es nicht ich komme hier nicht mehr raus ich glaube das war nur Deko ich glaube auch ich glaube auch dass es nur Deko war interessante Map sie macht mir Angst irgendwie schon guck mal da hinten steht auch noch ein Auto stimmt wahrscheinlich steht überall noch was rum damit ist er gegen den Baum gefahren oh je ich wollte so eine Art Test warte mal lass mich mal mit drauf danke sehr gut da ist ein bisschen mehr Gewicht hinten boah aber ganz schön Gewicht ist da hinten jetzt drauf du Arsch du Arsch du Sackesicht du mein Arsch ist nicht so schwer du denkst ja wir sind umgefallen du steck mit dem Kopf in den Boden ich glaube eher dein Kopf ist das Problem ja weil ich so schlau bin so schlau Wahnsinn wieso ist dein Sitz weg ich weiß auch nicht so naja gut okay ja was nix hab nur gedacht vielleicht ist da noch was oh guck mal schöne Blümchen oh schnüffel schmecken sie ne Baumstamm da auch so ich glaube ich hab mich verlaufen das macht nix ja also vielen Dank Gumba für die nette Map aber was zur Hölle ich mach die Ente 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 was ist los da war ein Partikel ein Partikel ich weiß nicht von was aber da war ein Partikel ein Partikel okay ich hab alle Partikel ausgeschalten aber trotzdem hab ich noch welche gefunden okay wieso bin ich eigentlich so extrem hell das macht die Kamera die ist neu die ist neu jetzt wird sie dunkel schau mal man sieht sogar hier wirklich hier so jeden Kram hier jeden Kram ja du siehst alt aus macht voll die Schatten was machst du da das will keiner sehen aber ich achso ja also vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es davon ist lasst einen kleinen Like da und wir sagen ciao tschüss tschüss eine 3 0 tschüss 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.